jo meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video und wir machen heute eine modversteuerung für den ls 15 und zwar diese eigenbaukiste die blaue und die rote die keine ahnung wie die hier ist ich kann das jetzt nicht anklicken da ich das video nachkommentiere weil ich die aufnahme vom let's play verloren habe aber man kann jetzt nicht viel dazu sagen ich kann nur sagen ich häng sie mal ran gleich hoffe ich mal so man kann hier eben o drücken und ballen entsperren das glaube ich heißt dass du den ball rauf fahren kannst und der nicht unten durchfliegt und genau umgekehrt auch also dass dann durchfliegt oder nicht durchfliegt und man kann auf und ab ich man kann glaube ich nicht mal was raufladen und das war es auch schon mit der modversteuerung kaffee es hat euch gefallen lasst einen daumen da und ja und bis zum nächsten mal